Ja, guten Tag meine Damen und Herren. Mein Name ist Urs Thüring. Ich denke, Sie sehen bereits die Präsentation und Sie können mich auch hören. Ich werde Sie jetzt durch ein paar Folien führen zum Thema E-Mail Marketing und wie schon Romeo gesagt hat, die Diskussion möchten wir auf das Ende verschieben. Sie können auch im Chat bestimmte Fragen stellen und ich lege jetzt einfach mal los. Jetzt habe ich ein kleines Thema. Sie sehen hier die Agenda. Die haben Sie auch schon im E-Mail gesehen. Wir werden darüber sprechen, wie man Adressen generiert. Wir werden darüber reden, wie wir uns rechtskonform verhalten können. Also wie ist die aktuelle Rechtslage? Ich erkläre Ihnen, was ein HTML-Template bzw. eine Vorlage ist. Ich sage Ihnen auch kurz etwas zum Thema Daten. Daten ist ein großes Wort. Daten braucht man nicht so viele, um anzufangen mit E-Mail Marketing. Aber man kann es sehr weit bringen mit Daten. Ich zeige Ihnen, wie man ein gutes Mail aufbaut. Ich werde ein paar Worte verlieren zu Technologien, zu ganz einfachen Technologien. Ich werde Ihnen auch am Schluss noch sagen können, wie man Mails erstellt und wer Mails erstellt. Weil die ganze Technologie, die ganze Strategie, das ganze Konzept nützt einem nichts, wenn man dann nicht im Laufe des Jahres tatsächlich gewillt ist, die eine oder andere Mail auch wirklich zu erstellen. Ein einziges Wort oder eine einzige Folie zu uns. Wir sind Majoris. Majoris ist ein Dienstleistungsunternehmen im Bereich digitales Marketing. Wir sind CRM, wir sind E-Mail, wir sind Marketing Automation. Das ist ein nettes Schlagwort, das ich jetzt an dieser Stelle nicht unbedingt erklären will. Das würde zu weit gehen. Wir vertreten einige Technologien, wie Sie unten sehen. Das heißt, wir können Kunden beliebig bedienen im Bereich von Technologie Implantierung bis Mail-Erstellung. Und jetzt zum Thema E-Mail. Hurra! Das E-Mail ist sage und schreibe schon 50 Jahre alt. 50 Jahre ist kaum zu glauben. Es hat 1971 mal angefangen. Das war die Zeit, als man an Universitäten angefangen hat, zwischen Computern auf verschiedenen Kontinenten miteinander zu kommunizieren. Das heißt, 1971 ist es einem Herr Tomlissen gelungen, ein Protokoll zu schreiben, das es ermöglicht, Textnachrichten zwischen zwei Computern hin und her zu schieben. Und das war die Geburtstunde von E-Mail. Das ging nachher durch verschiedene Sequenzen hindurch, die Sie hier sehen. Ich möchte nicht im einzelnen Falles eingehen. Ich möchte, kann Ihnen nur sagen, 1990 gab es das erste HTML E-Mail. Das heißt, es wurde langsam sehr technisch. HTML ermöglicht eben auch Bilder in ein Mail einzufügen. Irgendwann mal hat man gesehen, dass es ganz viele Mails gibt, die eben ungebeten verschickt werden, sogenannte Spams. Also haben die Firmen wie BlueWin oder Gmail angefangen, sogenannte Spam-Filter zu implementieren, um eben ungebetene Mails gleich von Beginn her abzuwehren. 2008 kam dann das sogenannte Responsive Design dazu. Das heißt, es geht nicht nur darum, Webseiten mobil zu optimieren, sondern eben auch E-Mails. Weil auch E-Mails werden über iPhone und Android-Geräte empfangen. 2013 hat Gmail angefangen, in der Inbox, in ihrer Inbox die Mails zu kategorisieren. Was kommt aus Social Media? Was ist Werbung? Was ist die normale Mitteilung in meiner Inbox? Auch das war für den Empfänger eine große Hilfe. Das letzte vielleicht noch heute werden, der Romy hat es erwähnt, 270 Milliarden E-Mails pro Tag verschickt. Das Thema Spam ist immer noch ein großes Problem. Aber ich denke, Sie werden selbst festgestellt haben, im Vergleich zu noch vor fünf bis zwanzig Jahren, die Spam-Problematik hat bei Ihnen in der Inbox eher abgenommen. Das nehme ich mal an. Und Ziel ist es natürlich auch von uns als Majoris zum Beispiel, dass wir unsere Kunden immer beraten. Holt eine saubere Erlaubnis ein von euren Kunden, damit ihr wirklich E-Mails rechtskonform verschicken könnt, damit eben keine Spams verschickt werden. Ich möchte das E-Mail-Marketing ganz kurz einordnen in diese vier Bereiche, ins digitale Marketing. Sie haben vielleicht schon mal was gehört von Paid Media oder von Shared Media oder Earned or Owned. Paid Media heisst nichts anderes als das, was Sie an Google oder an Facebook bezahlen, damit Ihre Anzeigen ganz sauber erscheinen. Oder das, was Sie bestimmten Agenturen bezahlen, dass Sie beim Lesen des Tagesanzeigers Werbung von Ihnen sichtbar machen können. Shared Media, das ist dann der Fall, wenn Sie auf Social Media, auf Facebook, auf Instagram, Twitter, bestimmte Inhalte, bestimmte Pages unterhalten, wo Sie aktiv Ihre Inhalte einstellen. Und die Owned Media, und ich möchte das eigentlich gerne an dieser Folie zeigen, das sehen Sie hier. Die Owned Media, das ist alles das, was Sie als Unternehmer, was Sie als Restaurant, was Sie als Hotel gezielt kontrollieren. Das heisst Ihre eigene Webseite, Ihr eigener Blog, Ihre eigene App und eben auch Ihre eigenen E-Mails und Newsletters, die Sie verschicken. Desher wegen Owned Media. Das ist eine kleine Einordnung ins digitale Marketing, also eine sehr breite Palette und es wird nicht einfacher in nächster Zeit, im Gegenteil. Und jetzt möchte ich Ihnen mit dieser Folie zeigen, was geben Kunden an, warum sie überhaupt bereit sind, von Ihnen einen Newsletter zu erhalten? Es muss ja einen Grund geben. Meine Inbox ist voll mit Newsletter-Abos, die ich mal im Newsletter, die ich mir registriert habe. Aber was genau sucht der Nutzer, wenn er regelmäßig eine Newsletter erhalten will? Es geht, das ist nicht erstaunlich, sehr häufig um Rabatte und Sonderangebote. E-Mail ist ein Schnäppchen-Angebotskanal, ganz klar. Es geht aber auch darum, bei meinen liebsten Anbietern eben auf dem Laufenden gehalten zu werden, über neue Produkte, neue Dienstleistungen, Angebote, Vorankündigungen. Ja, es geht aber auch um Benachrichtigungen über neue und zukünftige Produkte. Und es geht häufig auch um kostenlose Dinge oder Werdemittel im Austausch zur E-Mail-Adresse. Also eben, dass ich gegen den Download eines White Papers, also irgendeines Videos oder eines Angebotes, dass der das Unternehmen zur Verfügung stellt, dass ich bereit bin, meine E-Mail-Adresse zu hinterlassen und eben in Zukunft auch von diesem Unternehmen regelmäßig Werbung zu empfangen. Also das sind die wichtigsten Punkte. Deswegen will ich E-Mails kriegen von einem Anbieter. Dann aber im Gegenteil. Warum melde ich mich wieder ab? Es gibt nichts Einfacheres, als sich von einer E-Mail-Liste wieder rauszutragen. Hier sehen Sie ein paar Gründe. E-Mails zu häufig versendet. Wenn ich von einem Anbieter täglich E-Mails kriege, dann reicht mir das irgendwann mal. Wird langweilig. Der zweite Punkt. Langweilig, repetitiv, schlicht und einfach nicht mehr aktuell, nicht mehr relevant. Wichtiger Grund, sich abzumelden. Oder ich meine Inbox ist einfach voll. Ich muss wieder mal bereinigen. Ich schmeiße ein paar Anbieter raus. Das sind so Gründe, um sich abzumelden. So, das sind ein paar allgemeine Themen. Und jetzt, ich denke das Wichtigste, um E-Mail aktiv betreiben zu können, ist, ich brauche einen Verteiler. Ich brauche E-Mail-Adressen. Und das ist halt nicht ganz so einfach, weil man muss es laufend und regelmäßig und strategisch durchführen. Wie komme ich zu E-Mail-Adressen? Hier ein paar Tipps. Meine Touchpoints, meine Touchpoints, meine Touchpoints. Das ist ein schönes Schlagwort. Was sind meine Touchpoints? Das ist meine eigene Webseite. Wenn ich die schon habe, dann versuche ich doch möglichst prominent, die Leser auch aufzufordern, ihre E-Mail-Adresse zu hinterlassen, dass sie eben von Ihnen auch wirklich gewillt sind, regelmäßig Newsletter zu empfangen. Und das ist der logischste und einfachste Touchpoint, um E-Mails zu generieren. Nutzen Sie ihn auch. Aber verstecken Sie die Anmeldung zu Newsletter nicht. Machen Sie es nicht unten rechts im Futter, wo keiner hinkommt. Machen Sie es prominent. Nur so kommen Sie zu E-Mail-Adressen. Oder aber über das Reservationssystem. Wird in Ihrem Reservationssystem bei der Reservation von einem Tisch auch nach der Möglichkeit des Newsletter-Versandes abgefragt? Können Sie vom Reservationssystem diese Adressen auch kriegen für den Newsletter-Versand? Das sollten Sie mal abklären. Das ist auf jeden Fall Verhandlungssache. Das würde Ihnen enorm viel bringen, wenn Sie bei dieser Gelegenheit gleich die Erlaubnis für Newsletter-Versende einholen könnten. Und dann der nächste Touchpoint in Ihrem Restaurant, in Ihrem Hotel selbst. Dort, wo der Kunde hinkommt, weil er etwas von Ihnen will. Nutzen Sie doch dort die Gelegenheit, um auch bei dieser E-Mail-Adressen genau dort abzufragen, dass Sie vielleicht dem Kunden dann regelmäßig etwas zu stellen können. Wie zum Beispiel einen Menüplan. Sie können bei der Gelegenheit natürlich auch, wie Sie das in der Pandemie auch gemacht haben, mit der Menükarte im Restaurant. Sie können auch über einen QR-Code den Nutzer auffordern, auf einem Formular die E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Oder aber Partnerangebote. Sie können sich beim Newsletter-Versand von irgendwelchen Partnern beteiligen und dort eben auch auf sich aufmerksam machen, damit wiederum die Leser dieser Partnerangebote über Ihnen die E-Mail-Adresse hinterlassen. Oder aber, und ich habe da das liebe Menschen rechts davon hingesetzt, Wettbewerber und Broker-Adressen. Sie werden immer einen Broker finden, der Ihnen die passenden Adressen verkaufen will. Ich sage dazu immer, wir benutzen es selten, weil halt diese Broker-Adressen von ganz, ganz vielen Unternehmen genutzt werden und die sogenannte Performance, also die, die dann tatsächlich konvertieren, also die Adressen, die dann tatsächlich übrig bleiben bei Ihnen, verschwindend gering sind. Also konzentrieren Sie sich auf die ersten drei Punkte, die liegen am nächsten an Ihren Aktivitäten. Dort können Sie E-Mail-Adressen gezielt abholen. Und ich sage Ihnen was, E-Mail ist strategisch, es ist ein dauernder Prozess und es ist schrecklich mühsam. Sie müssen diese E-Mail-Adressen laufend sammeln, sonst bringt es nichts. Das ist eine Aktivität über 2, 5, 10 Jahre hinaus. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie das haben, ist der Kanal extrem nützlich und extrem günstig. Und er zahlt sich langfristig aus. Hier noch ein paar Beispiele, einfach so ein paar Webseiten von Anbietern, die gezielte Adressen sammeln. Sie sehen es hier, ich kann bei der Anmeldung auch gleichzeitig anbieten, dass beim Erstkauf oder wenn jemand zum ersten Mal in ein Restaurant kommt, er etwas kostenlos kriegt oder günstiger kriegt. Oder ich kann versuchen, wie hier die Moris de Moriac Familie ganz gezielt auf Ich bin Teil der Familie zu machen. Oder Sie sehen hier von Farmi ein Begrüßungsgeschenk, wenn ich dann zum ersten Mal etwas bestelle. Also es ist schon wichtig, dass Sie dem zukünftigen Empfänger von Newslettern gute Gründe geben, wieso er sich bei Ihnen anmelden soll. Tun Sie das auch. Das lohnt sich. Und jetzt eine einzige Folie zum Thema Recht. Ich stelle immer wieder fest bei meinen Vorträgen. Recht ist zwar mühsam und langweilig, aber es interessiert die meisten trotzdem, weil die Rechtslage meistens sehr intransparent ist und kompliziert ist und sich auch nicht wieder ändert. Es gibt hier gegenwärtig zwei Rechtsräume, die Sie beachten sollten. Vor allem, wenn Sie international unterwegs sind. Es gibt das Schweizer Recht und es gibt das EU-Recht. Und da gibt es einen wesentlichen Unterschied. Im Schweizer Rechtsraum, das sehen Sie hier. Ich führe Sie kurz durch den Prozess. Kann jemand sich mit dem mit dem Formular zu einem Newsletter anmelden? Sie schicken ihm anschließend eine Bestätigung, dass Sie diese Anmeldung erhalten haben. Die Adresse wird dann eingetragen in einem technischen System, auf einer Datenbank. Und ab jetzt dürfen Sie diese Person anschreiben. Im EU-Raum ist es etwas komplizierter. Da gibt es nämlich noch dieses Element dazwischen. Das heißt, das Ganze funktioniert dann so. Ich melde mich ebenfalls an für einen Newsletter. Ich erhalte ein Bestätigungs-Mail mit einem sogenannten Bestätigungs-Link. Das heißt, dort steht dann drin, schön, dass Sie sich angemeldet haben. Bestätigen Sie bitte nochmals, dass die Person, die sich angemeldet hat, auch tatsächlich die Newsletter kriegen will. Weil hier in der Schweiz kann ich beliebig jemanden zu einem Newsletter verdammen. Und der Empfänger des Unternehmens weiß dann nicht, ob die Person, die sich angemeldet hat, tatsächlich die richtige ist. Aber hier kann ich ja über die Zustellung der E-Mail-Adresse des Bestätigungs-Links sicherstellen, dass die Person, wenn sie nochmal klickt, sich auch tatsächlich angemeldet hat. Und erst dann wird sie in der Datenbank eingetragen. Ja, das ist der Unterschied. Das ist die gegenwärtige aktuelle Rechtslage in der EU seit Mai 2018. Es gibt wahrscheinlich Leute unter Ihnen, die wissen, dass der Datenschutz auch in der Schweiz gerade reformiert wird. Im Mitte 2022 wird das neue Datenschutzgesetz in der Schweiz in Kraft treten, das aber nach wie vor vom Schutzniveau her hinter jenem der EU hinterher hinken wird. Das heißt, dieser Prozess hier, der Confirmed Opt-in oder der einfache Anwendungsprozess wird in der Schweiz auch ab 2022 bestehen bleiben. Der erste Punkt war also, wie baue ich die Liste auf, wie komme ich zu E-Mail-Adressen. Der zweite Punkt ist hier, wie komme ich rechtskonform zur Einwilligung. Und der dritte Punkt ist jetzt genauso wichtig, wie melde ich mich wieder ab. Jedes Werbemail, das Sie verschicken, ist ganz wichtig, muss einen ganz einfachen Knopf enthalten hier abmelden. Und dieser Abmeldungsprozess sollte extrem einfach gehen und tun sich nicht hier, wie in diesem Cartoon das Ganze drinsteht. Ich picke da mal aktuell ein Beispiel raus. Das wollte ich nicht. Es ist natürlich unsinnig, wenn Sie auf Abmelden klicken und dann kommt eine Zwischenseite, wo darin steht, sind Sie sich sicher, dass Sie sich abmelden wollen? Und zu was wollen Sie sich abmelden? Ja, ich will mich abmelden. Dieser Abmeldelink muss sehr, sehr einfach sein. Es ist auch nicht sehr charmant, wenn dann Page 404 kommt, also eine Irrtumsseite, dass ich mich gar nicht abmelden kann. Also machen Sie den Abmeldeprozess so einfach wie möglich. Wenn sich jemand abmelden will, dann will er nichts mehr von Ihnen hören und gut ist. Ganz wichtig. Der nächste Punkt, der sogenannte Template beziehungsweise die Vorlage. Jedes Mal, wenn Sie so eine E-Mail kriegen, dann sehen Sie ja, da hat es Bilder drin, da hat es Titel drin, da hat es Farben drin, da hat es Logos drin, da hat es alles drin. Und das basiert auf einer sogenannten Vorlage, einem Template. Und dieses Template ist sogenannter HTML-Code. Und im Rohzustand sieht dieses Template genauso aus, was Sie hier sehen. Das sind ja Platzhalter, diese grauen Teile sind Platzhalter für Bilder. Dann gibt es diese Lore Ipsums, das sind Platzhalter für Text. Es gibt Abstände zwischen verschiedenen Inhalten und so weiter und so fort. Und das ist vordefiniert. Und dann kann man auf der rechten Seite, kann man das Ganze einfärben. Man kann Schriftgrößen bestimmen, man kann Schriftarten bestimmen und so weiter und so fort. Das ist die Grundlage für ein modernes E-Mail. Und im fertigen Zustand sieht dieses E-Mail dann so aus. Das, was Sie vorher als Gerüst gesehen haben, sehen Sie hier jetzt als Design-Element, als fertiges E-Mail. Mit Bildern, mit Titeln, mit Text, mit sogenannten Call-to-Action-Buttons oder jetzt bestellen. So sieht ein HTML-E-Mail heute aus. Ganz am Anfang in den 80er Jahren, 70er Jahren war das nur so möglich. Heute wie gesagt, das sehen Sie da in der Mitte, HTML-Bilder personalisiert. Das heißt, in diesen Vorlagen, die Sie benutzen, gibt es auch in der Anrede Platzhalter, wo Sie ganz gezielt die Vornamen oder die Nachnamen Ihrer Empfänger so platzieren können, dass Sie die Mail personalisiert abschicken. Die Mails werden immer relevanter, weil ich kann ja Mails verschicken, die nicht an alle verschickt werden, sondern ich kann auch Gruppen bilden. Wie zum Beispiel in Ihrem Bereich, man kann die Gastronomie, man kann zum Beispiel den Handel speziell beliefern, man kann Private speziell beliefern, man kann Gastronomie speziell beliefern, was auch immer. Man kann Gruppen bilden und dann pro Gruppe eben sehr spezifische, sehr relevante Mails verschicken. Man kann sehr gut messen, das heißt, man weiß genau, wie eine Mail geöffnet wurde, wer sie geöffnet hat. Man kann mobil optimieren, man kann die Mails auch sogenannt interaktiv gestalten, das wir sehen nach einem Beispiel. Ich erkläre das erst dann, wenn wir soweit sind. Und ich kann in Zukunft auch Mails sogenannt hoch personalisieren. Das heißt, ich kann über ein bestimmtes, ein sogenanntes CRM, also ein Customer Relation Management, kann ich Daten so anziehen, dass für eine Mail, die ich verschicke, je nachdem, was ich für Informationen zu den Empfängern habe, jeder Empfänger andere Inhalte kriegt. Zum Beispiel, das geht. Das heißt, ich bin dann auch ganz nah dran an der Automatisierung von E-Mails. Ich kann E-Mails auch verschlüsseln und so weiter und so fort. Also Sie sehen, das E-Mail ist alles andere als tot. Es lebt länger denn mehr. Und das ganze Datenthema, eben die Segmentierung nach bestimmten Zielgruppen. Das Anziehen von Daten macht E-Mails zu einem spannenderen Kanal, als er jemals war. Und jetzt, was ist in einem E-Mail selbst denn alles so drin? Woraus besteht denn so ein E-Mail? Ich habe Ihnen gesagt, es ist ein Template, eine Vorlage. Es hat Text drin. Sie können einen Link platzieren zu Audiodateien. Sie können einen Link platzieren zu Videodateien, auf YouTube zum Beispiel. Sie können Links platzieren zu Ihrer Landingpage, zu beliebigen Landingpages. Sie können sogar auch Dokumente anheften. Nur das ist nicht mehr so beliebt wie auch schon. Weil Dokumente anheften, das sieht dann so ein bisschen nach Phishing aus. Das heißt, wer öffnet schon gerne in seiner Inbox ein Mail, wo ich nicht so genau weiß, was der Absender mir da schickt. Und ob ich dieses Mail tatsächlich öffnen darf. Also schicken Sie möglichst wenig PDFs und schon gar keine Word-Dokumente oder Excel-Dokumente als Werbemails. Die kann man im Zweifel auch über einen Link herunterladen. Dann gibt es Links auf Landingpages, wo weiterführende Informationen zu einer Mail zu sehen sind. Es gibt Links auf Formulare, wo ich mich zu irgendetwas anmelden kann. Man kann das Formular aber auch schon in der E-Mail selbst abbilden. Oder es gibt auch Links zu Social Media, zu Facebook, zu Instagram, zu LinkedIn, was auch immer. Sie sehen, das alles kann ich in einer E-Mail oder aus einer E-Mail abbilden. Mobile responsive, das haben wir ganz am Anfang in dieser Zeitachse haben wir das gesehen. Seit 2007, 2008 ist das ein Thema. Seit der Geburtsstunde eben auch des iPhones und anderen Smartphones. Viele Firmen gehen ja dahin, dass sie alles auf Mobile optimieren. Das heißt, alles auf iPad und auf iPhones optimieren und nicht auf Desktop. Und das wiederum setzt eben voraus, dass ich gewisse Eigenheiten der Smartphone-Größe respektiere. Wie die Lesbarkeit oder die Buchstabengröße muss eben im iPhone grösser sein als auf dem Desktop. Oder der Call-to-Action, der muss auch klickbar sein. Ich meine, wenn der kleine ist, kann ich ihn nicht klicken. Wenn ich zu große Bilder wähle, dann sehe ich beim Scrollen zuerst nur mal ein riesen Bild und sonst gar nichts. Das ist vielleicht nicht empfehlenswert. Oder eben die Länge der Newsletter. Je mehr ich scrollen muss auf einem Smartphone, desto mühsamer, desto weniger wird gelesen. Also deswegen kurze Newsletter. Soviel zum Thema. Optimieren Sie mobil. Die modernen Templates, die Sie heute finden im Internet oder die Ihnen auch so Anbieter wie Mailchimp oder Campaign Monitor anbieten, die sind in der Regel schon mobil optimiert. Allerdings nur für die aktuell bekannten Betriebssysteme und sogenannte Clients. Nicht unbedingt für zukünftige. Und die verändern sich laufend. Und jetzt ganz kurz zum Thema Daten. Alle haben Angst vor dem Thema Daten. Was brauche ich denn, damit ich überhaupt E-Mails verschicken kann? Häufig höre ich, ich brauche da ganz viele Daten, ganz viele Daten. Das ist nicht so. Das einzige, was Sie eigentlich brauchen, um eine E-Mail zu verschicken, ist eine E-Mail-Adresse und sonst gar nichts. Sie brauchen vorab nicht mal Vorname oder Nachname. Es reicht die E-Mail-Adresse. Wenn es Ihnen darum geht, einfach mal E-Mail-Adressen zu sammeln. Sie können in einem zweiten Schritt oder auch schon ganz am Anfang natürlich, wäre es nützlich, wenn Sie solche Informationen sammeln, wie die Anrede, den Vornamen, Nachname und das Geschlecht. Weil jetzt können Sie anfangen, die Leute personalisiert anzusprechen. Und Sie können vielleicht sogar auch unterscheiden zwischen Mails, die Sie an Frauen schicken und solche, die Sie an Männer schicken. Könnte ja sein, dass es da einen Unterschied gibt. Und jetzt dritter Schritt, das ist dann für Fortgeschrittene. Da geht es dann darum, aus einem CRM eben auch Daten abzuziehen. Da geht es darum, eben Newsletter zu segmentieren nach bestimmten Zielgruppen. Oder es geht vielleicht darum, ein Geburtsdatum abzufragen, einen Wohnort, den ich habe oder nicht habe. Oder eben auch Kaufdaten, die ich irgendwo in einem System hinterlegt habe. Wenn ich die Daten habe, kann ich schon sehr, sehr viel stärker anfangen, datengetriebene, stark segmentierte Mails zu verschicken. Und kürzlich hat mir jemand gesagt, ja, meine Mutter ist immer so erstaunt, wenn sie von meinem Parfum-Anbieter Mails kriegt, wo genau die Parfum-Marke drin ist, die sie vor zehn Tagen gekauft hat. Ja, das ist genau das. Das Unternehmen weiß eben genau, was die Dame für Produkte gekauft hat. Sie weiß eben, dass sie von dir oder Giorgio Armani gekauft hat. Und deswegen nutze genau dieses Wissen und spiele dir dann auch eben Produkte von diesem Lieblings-Brand eben über die Mail an. Das sind dann, so kann ich eben Daten sehr gezielt einsetzen für den E-Mail-Kanal. Aber eben auf diesen letzten Bereich, da möchte ich nicht weiter reingehen. Da ist immer dann sehr, sehr, sehr stark drin in datengetriebenen E-Mail-Marketing. So, und jetzt zu den Inhalten. Wie gestalte ich ein E-Mail? Was muss da rein? Ich habe hier fünf Punkte. Die sind eigentlich sehr allgemeingültig für Werbebotschaften. Nicht speziell für E-Mail, aber ich denke, es ist immer wieder wichtig, dass man sie sich vor Augen hält. Directness, Urgency, Curiosity, Friendly und Offbeat. Das heißt konkret, sprechen Sie in der E-Mail direkt die Leute an. Machen Sie keine wahnsinnig langen Texte, sondern kommen Sie an einen Punkt. Sie haben wenig Platz zur Verfügung. Seien Sie relevant und aktuell. Und falls Sie das Thema der Güterverknappung anwenden möchten, das ist durchaus zulässig. Sagen Sie den Leuten, dass man nur noch bis dann und dann reservieren kann oder dass es nur noch die und die Produkte gibt. Das ist durchaus legitim. Wecken Sie Neugier und Interesse. Das ist die große Kunst der Werbung grundsätzlich. Seien Sie freundlich und empathisch. Ich denke, eine ganz wichtige Voraussetzung überhaupt Kommunikation betreiben zu können. Und das, was natürlich jeder will. Seien Sie anders als die anderen. Seien Sie originell. Das ist die ganz große Kunst. Das sind ein paar allgemeine Platzhalter oder Weisheiten, die ich Ihnen hier übermitteln wollte. Und jetzt ganz konkret noch die Grundregeln für das E-Mail Marketing. Also ein bisschen detaillierter. Den ersten Punkt 8 auf Relevanz und Aktualität habe ich Ihnen schon gesagt. Fokussieren Sie beim Template auf ein gutes Design, auf ein gutes Header-Bild ganz oben. Setzen Sie ein Impressum. Das ist ganz wichtig. Und setzen Sie einen Abmelde-Button. Das muss dringend hinein. Die personalisierte Ansprache ist selbstverständlich. Das habe ich schon erwähnt. Das geht mit Vorname, Nachname. Fokussieren Sie auf Absender, Betreff und Freeheader. Was um Gottes Willen ist das schon wieder? Ich gehe jetzt eine Folie weiter. Moment mal schnell. Das sehen Sie hier, wenn Sie sich die Inbox von Gmail anschauen zum Beispiel. Das hier ist der Absender. Der erste Teil hier ist der Betreff. Und dann hinten, wo steht, haben Sie Probleme mit der Darstellung des Newsletters oder falls dieses E-Mail nicht korrekt angezeigt ist. Das ist der sogenannte Preheader. Den Bereich können Sie nutzen für zusätzliche Werbebotschaften. Sie müssen nicht hinschreiben, falls diese Mail nicht korrekt angezeigt wird. Sondern Sie können darin neben dem Betreff auch noch, wie gesagt, eine zusätzliche Werbebotschaft anbringen. Und auch hier sehen Sie in dieser Inbox, das war mal eine Black Friday Aktion. Es gibt nichts langweiliger als Black Friday. Alle wollen dasselbe. Alle wollen Schnäppchen jagen. Und Sie stehen permanent in Konkurrenz mit Dutzenden von anderen Anbietern. Also versuchen Sie über Ihren Betreff und auch über den vertrauenswürdigen Absender den Leser zu motivieren, dass er öffnet oder dass sie öffnet. Das ist der entscheidende Punkt hier. Jetzt gehe ich noch mal kurz zurück. Vergessen Sie nicht, E-Mail ist ein Teaser. Es ist keine Bibel, wo alles drin steht, gleich von Anbeginn, sondern es soll nur Neugier wecken. Und wenn Sie noch mehr zu sagen haben, verlinken Sie auf eine Landingpage auf Ihre Webseite. Beachten Sie, die größte Aufmerksamkeit in der Mail ist oben links. Ganz normales Leseverhalten. Ich fange oben links an, kämpfe mich dann nach rechts und gehe dann runter. Das heißt, dort sollte auch der Fokus Ihrer Mail sein. Call to Action. Dieser Button, den ich klicke, um weiterzukommen. Bringen Sie ihn prominent an. Ich muss ihn sehen, ich muss ihn klicken können. A, B testen. Testen Sie die Mails. Vergleichen Sie zwei verschiedene Mails miteinander. Verschicken Sie die von mir aus an die erste Hälfte, die ersten 50 Prozent. Ändern Sie bei den anderen 50 Prozent zum Beispiel den Titel und schauen Sie, was besser performt. Oder ändern Sie die Bilder. Schauen Sie, was besser performt, was besser öffnet, was besser geklickt wird. Dann, das haben wir schon gesagt. Ja, beherrsche die Sprache dann als Zielgruppe. Das ist klar. Versuchen Sie die Leute dort abzuholen, wo sie sind. Achten Sie auf eine gute Textbildausgewogenheit. Ich habe es erwähnt. Zu viel Bild. Das bedeutet auch, dass ich sehr viel Platz brauche im Smartphone. Achten Sie auf Qualitätssicherung. Vier Augenprinzip, bevor Sie das Ganze verschicken. Ein Fehler ist ein Fehler. Wenn der Fehler passiert ist, ist das Mail auch verschickt. Den Fehler können Sie nicht mehr rückgängig machen. Dazu kommt gleich noch ein krasses Beispiel. Schauen Sie, dass die Bilder nicht allzu schwer sind in der Auflösung. So, das haben wir schon gesehen. Hebe dich von der Masse ab. Ganz wichtig, damit ein Mail überhaupt geöffnet wird. Und jetzt ist das krasse Beispiel von, machen Sie nicht alles selber, sondern lassen Sie das Mail, bevor Sie es verschicken, testen und gegenlesen durch andere Personen. Hier ein Beispiel. Das wurde tatsächlich verschickt von Adidas an Leute, die den Boston Marathon soeben absolviert hatten. Und man schreibt ja da auf Englisch so relativ salopp. Congrats, you survived the Boston Marathon. Ich habe auch schon den Grand Canyon bestiegen und habe nachher ein T-Shirt gekauft. Da stand drauf. Congrats, you survived the Grand Canyon. Das ist in den USA ja ganz normaler Sprachgebrauch. Nur, wenn Sie sich erinnern, bei diesem Boston Marathon hatte das dummerweise einen sehr, sehr, sehr schlechten Beigeschmack. Weil zwei Jahre bevor diese Mail verschickt wurde, ist am Boston Marathon tatsächlich ein Anschlag verübt worden im Zielgelände. Da sind Leute gestorben. Das heißt, wenn Adidas dann zwei Jahre später bereits vergessen hat, dass dieses Attentat geschehen ist und dann hinschreibt, Hups, Sie haben den Boston Marathon überlebt, ist das gelinde gesagt suboptimal. Und es nützt dann auch nicht sehr viel, wenn man ein Sorry-Mail hinterher schickt, weil der Schaden ist angerichtet. Genau. Weiter im Text. Die Darstellung auf bestimmten Clients, Betriebssystemen, Android Geräten, iPhones, auf Outlook, auf Gmail. Das sind so die Themen. Sie sehen, was auf einem Desktop an sich korrekt daherkommt, kann auf Outlook 2016 in diesem Fall ganz, ganz, ganz schief daherkommen. Das sehen Sie nicht, weil wenn Sie sich Test-Mails zustellen, öffnen Sie sie dort, wo Sie sie erstellt haben, in Ihrem Outlook auf Ihrem Smartphone. Sie können gar nicht alle Endgeräte und alle sogenannten Clients testen. Das gleiche Problem haben Sie auch bei Emojis, wenn Sie die einsetzen. Sie sehen hier, das Emoji, das Sie auf Apple getestet haben, sieht auf Google Android 5 ganz anders aus und auf Microsoft sieht es noch mal anders aus. Deswegen sind Sie vorsichtig mit Emojis. Die sehen halt nicht überall genauso aus, wie Sie es gerne hätten. Aber Sie können Emojis grundsätzlich einsetzen. Und wenn Sie einen Schritt weiter gehen wollen und tatsächlich testen wollen, wie denn diese Mails auf Apple Mail, auf Outlook, verschiedenen Varianten, auf dem iPhone, 6, 5, 6, iPad Air und so weiter, wie denn die Mails ausschaut, schicken Sie Ihre Mail an litmus.com. Und dort werden alle diese verschiedenen Systeme abgetestet und Sie sehen, wie Ihre Mail daherkommt. Kostet ein bisschen etwas, aber lohnt sich, damit die Empfänger auf der anderen Seite auch Ihre Mail zu 95 und mehr Prozent tatsächlich dann korrekt empfangen können. Ich habe noch 15 Minuten, ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Das heißt, ich spreche ein bisschen schneller, dass ich auch durchkomme. E-Mail-Kampagnen im Lifecycle. Ich will Ihnen damit sagen, was Sie hier sehen, ist der Kunden-Lifecycle. Das ist so eine Marketing-Sprache. Sie sehen, der Kunde bewegt sich normalerweise vom, ich melde mich mal an irgendwo, zum, ich kaufe etwas, zum, ja, jetzt verkaufe ich dem Kunden noch ein bisschen mehr, zum, jetzt ist der Kunde ganz treu, jetzt behandle ich ihn als loyalen Kunden mit speziellen Angeboten, hin zu, ja, er hat schon eine Weile nicht mehr gekauft und springt langsam ab, bis, ich würde ihn gerne zurückgeben. Und versuche das auch noch. Das sind sogenannte Touchpoints im Kunden-Lifecycle, wo Sie gezielt die Kunden abholen können und entsprechend ansprechen können. Das sind so allgemeine Ziele, die Sie eben einsetzen können im E-Mail-Marketing. Ich möchte aber aufgrund der Zeit gleich auf die nächste Folie gehen, also damit ich Sie hier wieder abholen kann. Das heißt eben konkret auf Ihre Branche. Wenn denn ein Newsletter-Empfänger sich angemeldet hat, kann ich ihm doch gleich auch eine Willkommens-Mail schicken, wo drin steht, hey, lieber Empfänger, schön, dass du da bist. Das bin ich, das ist mein Unternehmen, dafür stehe ich, das sind meine Leute, die bei uns arbeiten, das sind wir, das ist die Family. Das kommt extrem gut an, ist extrem empathisch. Oder Sie können bei aktiven Kunden beliebig spezielle Informationen schicken, wie zum Beispiel Öffnungszeiten über Feiertage. Ist ja sehr einfach, wenn Sie die Liste haben, wenn Sie Ihre Kunden kennen. Oder Sie können Ihre aktiven Kunden auf spezielle Events und Aktionen hinweisen. Oder das Thema Schnäppchenjäger. Das habe ich zwar bei Restaurants noch nie gesehen, aber es wäre auch denkbar, dass wenn Ihre Tische schlecht belegt sind oder Ihr Hotel schlecht belegt ist, dass Sie ganz gezielt die Leute ansprechen und bestimmte Aktionen oder eben die Möglichkeit Lücken zu füllen aufmerksam machen. Oder Sie sprechen Ihre VIP-Kunden ganz speziell an, Vorankündigungen, Special Events. Oder aber wenn Sie wissen, dass es Kunden gibt, die Sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Wenn Sie das aus einem System heraus eben aufgrund der Datenlage, wenn Sie das extrahieren können, wieder mal ein Mail, hey wir vermissen dich, wäre doch schön, wenn du wieder mal kommst. In Hotels passiert das schon, in Restaurants ist das natürlich schwieriger. Oder aber, wieso verschicken Sie nicht Ihren Kunden einen wöchentlichen Menüplan? Das ist nicht unrealistisch. Wenn Ihre Kundenbasis genügend groß ist, wöchentlich Menüplan, ist Branding, ist aufmerksam machen, hey komm doch wieder mal vorbei und der Kunde sieht gerade, was er denn bei Ihnen zu essen kriegt. Und da habe ich jetzt ein konkretes Beispiel dazu. Das ist ein interaktives Mail und jetzt kommt dieser Begriff interaktiv, das wir erstellt haben für die SV Group. Da gehe ich jetzt kurz drauf. Ich hoffe, Sie sehen das auch. Die SV Group hat ja verschiedene Restaurants und wir haben dann Mails verschickt an die Empfänger der jeweiligen Restaurants. Und da gibt es einen Wochenmenüplan und je nachdem, was ich in der E-Mail jetzt klicke, kriege ich das entsprechende Menü vom Montag, vom Dienstag, vom Donnerstag, vom Freitag. Und es gibt sogar noch eine Druckversion. Soviel zum Thema wöchentlicher Menüplan pro Restaurant. Ich gehe weiter. Ein weiteres interaktives Mail. Das mit dem Umstellen ist immer so eine Sache. Genau. Ist dieser Microshop direkt in der E-Mail? Das möchte ich Ihnen auch kurz zeigen. Das haben wir für einen Kunden gemacht, den Sie vermutlich sogar kennen, weil er nicht ganz so branchenfremd ist. Hier, ich muss es anders darstellen, damit Sie sehen, das ist ein kleiner Shop in der Mail. Und wir liefern den Warenkorb gleich mit. Und wenn jetzt hier Aktionen verschickt werden mit entsprechenden Rabattcodes hier oder Rabatten, nicht Rabattcodes, kann ich direkt in der Mail bestellen. 5 Flaschen von dem, 12 Flaschen von dem und ich habe direkt den Warenkorb. Und wenn ich jetzt hier in der Mail zur Kasse gehe, kriege ich die Bestätigung. Das wird abgesetzt, wenn ich hier noch die Bedingungen akzeptiere und schwupps geht es los und die Bestellung erfolgt. Direkt aus der Mail. Ohne Medienbruch, ohne dass ich in den Shop direkt gehen muss, kann ich hier die Bestellung direkt absetzen. Das wollte ich Ihnen kurz zeigen. Jetzt muss ich wieder zurück auf meine Präsentation. Das haben Sie hier gesehen. Jetzt hoffe ich, dass ich hier gleich weiter klicken kann. Jawohl. Jetzt kommen ein paar Worte zum Thema Technologie. Ja, was setze ich denn da ein? Also was für eine Software verwende ich denn, wenn ich jetzt E-Mails verschicken will? Und das hängt natürlich sehr, sehr stark davon ab, was Sie damit tatsächlich bezwecken. Die Folie verwenden wir relativ häufig, wenn wir den sogenannten Reifengrad der Kundenkommunikation aufzeigen wollen. Und die meisten Kunden sind ja da unten. Sie verschicken ganz einfache Regel-Newsletter. Fair enough. Das ist ja okay. Es braucht ja nicht mehr am Anfang. Und es gibt Leute, die wollen nie mehr verschicken als Regel-Newsletter. Das ist völlig in Ordnung. Aber es gibt dann natürlich auch die, die sich den Kunden so genannt 360 Grad betrachten. Und aufgrund der Datenlage, die sie überall sammeln, in der Lage sind, den Kunden überall abzuholen. Das braucht andere technische Systeme. Und wenn Sie jetzt sehen wollen, was da so zur Verfügung steht, dann ist da ganz unten Begriffe, die Sie wahrscheinlich schon mal gesehen haben. Mailchimp. Sehr beliebt in der Schweiz. Campaign Monitor. Das setzen wir ein. Ist im Prinzip der kleine oder der große Bruder oder Schwester von Mailchimp. Dann haben Sie solche Produkte wie Cleverreach, Newsletter2go, Mailexpert. Das sind die ganz einfachen Tools, die häufig ausreichend sind. Weiter oben sind es dann solche Systeme. Haben Sie vielleicht auch schon gehört. Oder eben dann, wenn Sie ganz groß unterwegs sind, dann sind Sie eben bei den großen Marketing Clouds, wie Sie SAP anbieten, Salesforce oder Adobe. Aber ich glaube, wir bewegen uns bei den meisten Teilnehmern dieses Webinars hier. Soviel zum Thema Technologie. Ganz kurz dargestellt. Und etwas, was mir noch am Herzen liegt in diesem Zusammenhang. Und das ist das, was wir eben immer wieder sehen. Häufig wird eben Technologie zu weit oben akquiriert. So im Sinn von, wenn ich eine gute Technologie kaufe, kann ich nichts falsch machen. Egal was sie kostet. Und irgendwann mal komme ich auch da hinten an. Bei der 360 Quad Kundenkommunikation. Das ist aber in den meisten Fällen eben ein großer Irrtum, weil A fool with a tool Ich stehle full. And gets no strategy From the tool. Was will ich damit sagen? Technologie ist wichtig, aber viel, viel wichtiger ist das, was Sie damit machen wollen. Viel, viel wichtiger ist Ihre Zielsetzung, Ihre Strategie. Das nimmt Ihnen keine Technologie dieser Welt ab. Sie müssen sich überlegen, was Sie wollen mit der Technologie. Und wenn Sie dann Technologie geschickt einsetzen, dann erreichen Sie auch Ihre Ziele. Das ist mir ganz wichtig. Und das ist ein schöner Spruch. A fool with a tool is a fool. Technologie löst Ihre Probleme nicht. Technologie ist ein Enabler, kein Problemlöser. Und jetzt noch ein paar Kennzahlen. Weil ich habe gesagt, E-Mail kann man messen. E-Mail ist gnadenlos. Sie sehen alles. Und hier die wichtigsten Kennzahlen. Sie können in jedem Tool sehen, wie viele E-Mails haben Sie versendet. Wie viele sind tatsächlich zugestellt worden. Also wie viele sind angekommen in der sogenannten Inbox bei Gmail und bei BlueWin. Dazwischen gibt es eine Differenz von ein paar wenigen Promille bis mehreren Prozenten. Und das sind die, die Sie schleunigst bereinigen sollten. Weil die gibt es nicht mehr. Die Adressen sind ungültig. Die Domains sind nicht mehr aktiv und so weiter und so fort. Und es ist wichtig, dass Sie wirklich diese Adressen pflegen. Und die, die nicht ankommen, dass Sie die entfernen. Das sind die entsprechenden sogenannten KPIs dazu. Die Delivery Rate und die Bounce Rate. Dann haben Sie die sogenannten Öffnungsraten. Das sind dann die. Dann haben Sie die Klickraten. Das sind dann die. Dann haben Sie bei einer, also wenn es dann um den Kauf von Produkten geht, gibt es eine bestimmte Handlung, eine Aktion. Da habe ich dann die Conversion Rate. Oder eben auch die Abmelderaten von den Leuten, die den berühmten Knopf betätigt haben. Ich will nicht mehr. Und am Schluss können Sie berechnen, was Ihnen die Kampagne an Umsatz gebracht hat. Im E-Commerce ist das ein ganz entscheidender Faktor. Return on Investment. Soviel auf einer Seite zu den Kennzahlen. Da könnte man jetzt alleine eine Viertelstunde darüber reden. Sie können auch ganz andere Sachen sehen. Sie können sogar bei Campaign Monitor und Mailchimp sehen, dass ein Nutzer ihre Mail gerade auf den Philippinen geöffnet hat. Oder in Kalifornien. Und wenn Sie die Person kennen, können Sie sich das nächste Mal sogar darauf ansprechen. Ob das vom Datenschutz her dann tatsächlich zulässig ist oder ob Sie das wirklich tun sollten, weil die Person vielleicht nicht unbedingt darauf angesprochen werden will, dass sie gerade in New York war. Das sei jetzt mal dahingestellt. Weil datenschutzrechtlich ist das sehr grenzwertig, wenn Sie aktiv verfolgen, wo die Leute ihre Mails geöffnet haben. Und jetzt nochmal etwas zum Thema normaler Regel-Newsletter-Versand gegenüber speziellen Mails, also bestimmten Selektionen, Zielgruppenselektionen. Was ich hier darstellen möchte, ist das Thema sogenannte Trigger-Mails. Also eben Trigger-Mails, das haben wir vorher gesehen. Ein Trigger ist ein neuer Kunde. Dem schicke ich jetzt eine Willkommens-Mail. Ein Trigger ist, es hat jemand etwas bestellt. Jetzt versuche ich ihn abzusellen. Ich versuche ihm ein neues Produkt zukommen zu lassen. Das sind Triggers. Und diese Momente, die kann ich ja ganz gezielt nutzen, um ganz gezielte Botschaften rüberzubringen. Und ich denke, es ist intuitiv, dass solche Trigger-Mails, also eben klare Selektionen, klare Zielsetzungen, besser performen als ein ganz normaler Regel-Newsletter. Und Sie sehen unten in der Legende, was es das genau heißt. Aber ich denke, am Anfang werden Sie alle nur Regel-Newsletter verschicken wollen. Das ist ja völlig okay. Das reicht. Weil Leute, die von Ihnen noch nie was gekriegt haben, sind ja happy, dass sie von Ihnen überhaupt einen Menüplan kriegen oder sonst was Spannendes. Und irgendwann mal, wenn Sie sehr professionell geworden sind, können Sie eben anfangen mit Willkommens-Mails oder Geburtstags-Mails. Wäre doch schön, lieber Kunde. Du hast Geburtstag, lad doch wieder mal deine Liebsten zu einem Essen bei uns ein. Irgend so was. Performt garantiert supergut. Performen heißt gute Kennzahlen. Öffnungsraten, Klickraten, Abmeldung. So, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich möchte noch kurz aufmerksam machen auf ein paar Gedanken, die wir uns gemacht haben. Und zwar das Pauli Magazin, Romeo Brotmann, Paloma, Sattmarie und ich. Wo wir gesagt haben, hey, könnten wir nicht den Lesern des Pauli Magazins irgendwo so eine Art, schon fast Selbsthilfe, E-Mail anbieten. Wo jeder relativ günstig auf eine Versandinfrastruktur zugreifen kann, sich E-Mails selber erstellen kann, überall eine eigene Adressliste und das möglichst günstig. Wie gesagt in einem Abo-Modell, das sich jeder leisten kann. Und es geht natürlich nur, wenn man gewisse Dinge vereinheitlicht. Wenn man die Interessen der möglichen Kunden bündelt. Und wenn man durch die Vereinheitlichung eben auch ein Abo-Modell anbieten kann, das für alle dann relativ günstig ist. Das war die Voraussetzung. Und wir könnten uns das so vorstellen. Pauli Magazin stellt Inhalte zur Verfügung. Das heißt, Sie selber produzieren redaktionelle Inhalte. Sie selber. Diese Inhalte stellen Sie den Abonnenten dieses Konzepts zur Verfügung. Die wiederum, ich nehme jetzt hier einen möglichen Gastrobetrieb, selber Mails erstellen mit eigenen Inhalten. News, Minipläne, Specials, Aktionen, Geburtstags-Mails, was auch immer. Und kombinieren mit den Inhalten, die Ihnen das Pauli Magazin zur Verfügung stellt. Das heißt, Sie wählen Ihre Zielgruppe aus. Sie erstellen das Mail. Sie ergänzen es zur Inhalte von Pauli und verschicken es an Ihre Zielgruppe. Wäre schön, dann müssen Sie sich nicht alles aus den Fingern saugen. Sondern können, wie gesagt, Interessantes kombinieren. Und dann hat der Empfänger des Gastrobetriebs einen Kombi-Newsletter. Bestehend aus Ihren eigenen Inhalten. Und wie gesagt, jenen des Pauli Magazins. Das ist die Idee. Und hier kurz zusammengefasst, was würde das konkret bedeuten? Das Pauli Magazin könnte das Ganze organisieren. Für Gastrobetriebe, für Hotels, was auch immer. Majoris erstellt den ganzen technologischen Setup, die ganzen Abläufe. Das ist nicht Rocket Science, aber auch nicht ganz trivial. Man macht ein Abo für alle. Das würde dann so irgendwo zwischen, das wissen wir noch nicht, 500 bis 1000 Franken pro Jahr kosten. Pro Teilnehmer. Was pro Teilnehmer? Pro teilnehmenden Unternehmen. Und wird natürlich je günstiger, je mehr Beteiligungen, je mehr Vertragsteilnehmer wir hier haben. Es gibt ein Template für alle. Aber jeder kann selbstverständlich seine eigenen Farben, seine eigenen Schriftbilder, seine eigenen Bilder, seine Logos und so weiter wählen. Aber das Gerüst ist dasselbe für alle. Jeder Gastrobetrieb kann diese Versandinfrastruktur selbst nutzen. Das heißt, er kann selbst hineingehen, kann sich selbst den Mail erstellen und ergänzen durch die Inhalte von Pauli Magazin. Und er schreibt dann selbst die eigenen Empfänger an. Also er hat ein eigenes Tool zur Verfügung. Das aber ein Tool ist, das eben auch andere haben. Und das Smarte daran ist eben, ich kann die Inhalte kombinieren. Ich hoffe, das ist einigermassen verständlich. Das würde dann ungefähr so aussehen. Sie haben oben das Logo des Restaurants oder des Hotels. Und Sie haben dann einen Menüplan von Ihnen. Sie haben hier, weiß nicht, Orangenprodukte von Pauli. Sie haben hier wiederum Inhalte von Ihnen selber. Und Sie haben so unterst noch Ihren Futter, Ihr Impressum, Ihre Adresse. So dass das Mail eigentlich genau Ihrem Erscheinungsbild entspricht. Das ist die Idee. Ja, wer macht das Ganze dann? Wer betreibt Ihre Mails? Wer erstellt sie? Und hier gibt es ja den berühmten Spruch Make-A-Buy. Wenn Sie regelmäßig E-Mails verschicken wollen, sollten Sie jemanden haben, der das kann. Und wenn Sie es nicht sind, dann eine Marketingperson oder mindestens ein Lehrling oder jemand, der diese Affinität zu E-Mails hat. Wenn Sie das nicht können, wenn Sie das nicht wollen, lassen Sie es machen durch eine Agentur. Das lohnt sich. Weil ein E-Mail ist eine Visitenkarte. Ein E-Mail ist wie etwas, das Sie per Post verschicken. Es muss sauber, korrekt, richtig daherkommen. Das ist ja das ein E-Mail. Also, wir müssen anfangen. Und dann weiter. Dann wird anfangen. Dann wird anfangen. Dann wird anfangen. Vielen Dank.